Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Special Folge nämlich heute geht es um einen Kanal Danke für 20 Abonnenten hier ist könnte sehen 20 Abonnenten natürlich kann ich nicht selber abonnieren ist aber gut so 20 Abonnenten Danke vielmals schön dass ihr dabei seid um ein kleiner wir sollen sagen um es ist ein kleines Danke Video für 20 Abonnenten weil es nämlich wirklich cool ihr seid und mega cool ich sage jetzt mal ein paar Gründe warum das einfach mega geil ist erster ich zeige ich mal was schon mal das das ist jetzt mein Video ja könnt ihr sehen und es hat 22 aufrufen und es hat drei Daumen nach oben und das ist das coole daran mit dem unterstütze ich den YouTuber so saugeil und das ja das bringt mir sehr viel ja zweitens die Kommentare die bringen mir auch sehr viel cool cool nices Video und so das bringt alles mir sehr 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 viel denn YouTube schaut da natürlich immer und irgendwann kriege ich dann auch mal ein Geld und so aber dann haben wir auch mehr Zuschauer und alles und ich finde das auch mega cool dass ihr das wirklich so aufrecht erhaltet 22 Aufrufe Alter das ist einfach geil aber eins muss ich euch zeigen Schwede alter Schwede wirklich gebt euch das achten selbst auch aufhaltende Fresse 68 Aufrufe vier Daumen nach oben drei nach unten ist aber klar das Video das erste Video ist sowas von scheiße ähm ja äh ja nur ein Kommentar dabei das erzähle ich euch jetzt nicht weil auf jeden Fall mega cool damit er so supportet und da würde ich mir einfach mal sagen danke 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 es einfach mega cool das erste Konferenz wo läuft das Geld ja ja auch wieder 37 Aufrufe drei Daumen nach oben also was willst du mir danke Leute ihr seid einfach da haben wir keine Sauter draußen alle die Schätze zu schauen mehr cool ähm und für alle die sich jetzt fragen du hast doch keinen Livestream gemacht was gibt mit dir ha da erzähle ihr mal kurz was los ist ähm ich hab ausprobiert heute am Abend gibt es hier einen Livestream Halloween Special mit Killa Klau vielleicht und und da habe ich mal kurz ausprobiert ob der wirklich funktioniert weil in den letzten Malen habe ich ein Mann gekündigt ist er hat aber nie funktioniert muss man auf dem Tisch haben da und aber jetzt funktioniert sicherlich habe ich probiert es funktioniert also heute Abend 19 Uhr so wie ich schon im Ankündigungsvideo gesagt hat bis 20 Uhr oder 20 Uhr 30 kommt der Leicht im Aufruf auf Alex TV und wäre schön wenn ihr dabei seid es gibt gute Sachen heute zum Schauen und dann würde ich einfach mal sagen danke fürs Zuschauen war einfach nur kleine Folge dass man schnell wisst danke Leute es ist einfach mega cool dass mich so unterstützt einmal sagen danke und wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Format gleich kommt Ciao